Ein Leaflet, eine App, alles im Griff. Das Leaflet Hems optimiert den Eigenverbrauch durch die intelligente Steuerung der Verbraucher. Dadurch werden Kosten und CO2 eingespart. Mit der Consolino Hems App hat man alles jederzeit im Überblick. Ob spontan, nachhaltig oder kostensparend. Das Leben ist voller unterschiedlicher Momente. Mit der Leaflet Hems App findest du immer den passenden Lademodus für deinen Alltag. Über das Hems App Dashboard kommst du zu deinen Ladeeinstellungen. Tippe hierzu einfach auf deine Wallbox. Hier wählst du einen Lademodus aus. Lademodus Immerladen. Dein Tag wird plötzlich hektisch oder du möchtest einfach für alle Fälle bereit sein. Mit Immerladen lädt dein Fahrzeug mit maximaler Leistung, schnell und zuverlässig. Für spontane Fahrten und maximale Flexibilität, unabhängig von der PV-Erzeugung. Lademodus Nur Solarstrom. Im Lademodus Nur Solarstrom nutzt du ausschließlich den Solarstrom aus deiner eigenen PV-Anlage. Wenn die zu wenig Strom liefert, wird der Lademodus pausiert. Manche Fahrzeuge setzen den Ladevorgang nach einer Pause nicht mehr fort. Hier empfehlen wir dir die Option Laden mit minimaler Leistung. Für maximalen Eigenverbrauch und nachhaltiges Laden. Lademodus Nächste Fahrt. Mit dem Lademodus Nächste Fahrt legst du fest, wann dein Fahrzeug einen bestimmten Batteriestand erreichen soll. Mit einem Mix aus deinem Solarstrom und minimalem Netzstrom. Hierfür stellst du den aktuellen Batteriestand, das Ladeziel und die gewünschte Zielzeit ein. So hast du immer genau die Reichweite, die du für deine nächste Fahrt brauchst. Für planbare Fahrten und umweltfreundliches Laden. Lademodus Dynamischer Tarif. Im Lademodus Dynamischer Tarif lädst du dein Fahrzeug zu den günstigsten Strompreisen, um deine Kosten zu minimieren. Du legst eine individuelle Preisgrenze fest, unter der du laden möchtest. Zum Beispiel minus 10 Prozent. Das heißt 10 Prozent unter dem durchschnittlichen Börsenpreis. Der Ladevorgang pausiert automatisch, wenn der Börsenpreis über die eingestellte Preisgrenze ansteigt. Wenn möglich, wird dann überschüssiger PV-Strom genutzt. Wie im Modus Nur Solarstrom kannst du neben Pausieren auch hier die Option Laden mit minimaler Leistung auswählen. Diese Preisgrenze bleibt gespeichert, bis du sie manuell änderst. Für flexibles Laden zu den günstigsten Strompreisen. Egal welcher Lademodus, mit der Leaflethams App hast du immer die Kontrolle, und maximierst deine Effizienz. Für mehr Funktionen zur HEMS App schau dir unsere weiteren Videos an. Bring jetzt dein Energiemanagement auf das nächste Level.